Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Shopware 6 eine neue Kategorie anlegst und wie du die Kategorien generell verwaltest. Die Kategorien in Shopware 6 sind für die Struktur deines Shops extrem wichtig, denn hierüber wird im Prinzip die gesamte Navigation deines Shops abgebildet, also beispielsweise die Menüpunkte, die du nachher in deiner Storefront siehst, das wird über Kategorien abgebildet und ja, das können beispielsweise Shopseiten sein mit Texten und Bildern und ja, vielleicht eine Story um die Produkte herum oder einfache Produkt-, also Kategorieseiten mit einfach einem Produktlisting. Ja, es können aber auch Landingpages sein, die ja gar nicht in deinem Shop quasi so eingebunden sind, sondern über eine eigene URL erreichbar sind. Auch die können über Kategorien konfiguriert werden. Ja, im Admin findest du die Kategorien im Prinzip links oben über den Punkt Kataloge und dann Kategorien und ja, da haben wir auf der linken Seite schon eine kleine Übersicht. Das habe ich jetzt für meinen Demoshop hier schon mal vorbereitet. Wenn man den Shop komplett neu installiert, hat man hier eventuell auch nur die oberste Home-Kategorie. Ja, hier haben wir jetzt schon mal mehrere Kategorien mit Einstiegspunkt für die Hauptnavigation, für die Footer-Navigation, für die Service-Navigation. Ja, was das nachher bedeutet, erkläre ich aber gleich nochmal ganz kurz. Ja, schauen wir uns erstmal an, was für Kategorien wir hier haben. Wir haben also als oberste Kategorie hier einmal die Home-Kategorie oder die Kategorie, die ich Home genannt habe. Die habe ich in meinem Verkaufskanal auch als Einstiegspunkt für die Hauptnavigation gewählt. Das bedeutet, dass die Subkategorien von dieser Home-Kategorie, also in diesem Fall Bier, ja, die Menüpunkte oder bis jetzt nur ein Menüpunkt ist, die in meiner Storefront angezeigt wird. Die Footer-Navigation habe ich in meinem Verkaufskanal als, ja, Footer-Navigation hinterlegt. Da habe ich dann zwei Subkategorien mit mehreren weiteren Subkategorien und habe dann noch ganz zum Schluss eine Service-Navigation, die ich auch im Verkaufskanal als Service-Navigation angegeben habe. Und ja, können wir uns mal ganz kurz in der Storefront anschauen, wo diese Kategorien jetzt alle angezeigt werden. Hier sehen wir jetzt in der Storefront, dass wir hier im Prinzip jetzt nur die Kategorie Bier haben und natürlich die Startseite Home. Wenn wir jetzt nachher gleich noch weitere Subkategorien unter Home machen, dann werden hier oben natürlich auch die weiteren Kategorien angezeigt. Ja, hier unten haben wir dann die beiden, ja, beziehungsweise die Footer-Navigation und die beiden Subkategorien, die wir in der Footer-Navigation hatten, mit deren jeweiligen Subkategorien. Und ja, ganz unten drunter, da habe ich jetzt einfach ein Impressum und Kontakt als, ja, Service-Navigation dann noch angezeigt. So, um eine neue Kategorie jetzt anzulegen, gibt es auch hier auf der rechten Seite diese drei Punkte. Hier könnte ich jetzt natürlich die eine, die bereits bestehende Kategorie entweder bearbeiten und löschen oder ich kann eine neue Kategorie anlegen, davor, danach oder als Subkategorie. Ja, also danach würde ich auf gleicher Ebene eine weitere Kategorie anlegen, also auf der gleichen Ebene wie Home, Footer-Navigation und Service-Navigation. Ich möchte aber ja einen weiteren jetzt einen, einen weiteren Menüpunkt in meinem, in meiner Storefront haben, neben Bier beispielsweise eine Kategorie mit Weinen. Deswegen wähle ich jetzt hier Home und möchte eine neue Subkategorie anlegen, die ich jetzt einfach, ja, Wein nenne. Und ja, ich könnte jetzt viele weitere Menüpunkte noch anlegen und die dann alle nach und nach bearbeiten. Ich möchte jetzt allerdings erstmal bei dem Wein bleiben, deswegen kann ich jetzt hier einmal auf X klicken. Nachdem wir die Kategorie Wein jetzt angelegt haben, sehen wir hier an dieser Stelle, dass hier noch ein grauer Punkt zu sehen ist. Das bedeutet, dass diese Kategorie natürlich jetzt aktuell noch nicht aktiv ist. Dazu öffnen wir die Kategorie einmal und könnten das jetzt hier, ja, direkt aktiv schalten und hier auch den Namen, ja, den Namen eventuell nochmal ändern. Ja, des Weiteren kann ich jetzt hier Tags hinterlegen. Das sind im Prinzip Begriffe, die ich einer Kategorie mitgeben kann. Die werden in der Storefront nicht angezeigt, können aber an anderer Stelle im Admin verwendet werden. Beispielsweise im Standard kann der Rule Builder damit arbeiten. Unter Umständen gibt es aber auch dann Erweiterungen, die auf diese Tags zurückgreifen. Ja, als drittes Punkt kann ich den Kategorie Typ festlegen. Da ist jetzt standardmäßig Seite, Liste ausgewählt. Das bedeutet, ja, dass es im Prinzip eine Seite ist, die, ja, eine ganz normale Shop-Seite beispielsweise, die einfach Text und Bilder enthält oder auch ein Kategorie-Listing, das heißt eine Seite, auf der alle Produkte dieser Kategorie aufgelistet sind, sowas. Das könnte das sein. Dann auswählen können wir hier auch noch als weitere, als zweiten Punkt, Strukturelement-Einstiegspunkt. Das wäre im Prinzip, ja, der Fall, wenn ich jetzt noch weitere Untermenüs oder Unterkategorien erstelle und dann möchte, dass der, dass die Weinkategorie wirklich nur als Menüpunkt zu sehen ist und gar keine eigene Seite dahinter steckt, dann könnte ich hier Strukturelement auswählen. Ich könnte dann beispielsweise noch Untermenüs machen mit Rotweine, Weißweine oder andere Unterscheidungen und in dem Fall würde Wein dann wirklich nur der Menüpunkt sein und hätte gar keine eigene Seite dahinter. Als dritten Punkt hätte ich hier doch die Möglichkeit, Link zu hinterlegen. Da kann ich dann eine URL hinterlegen, zu der mich dieser Menüpunkt in der Navigation dann leiten soll, wenn ich dann zum Beispiel zu einer externen Seite verlinken möchte. In unserem Fall lassen wir das jetzt einfach auf Seite-Liste, weil wir natürlich jetzt hier einfach eine Produktseite haben möchten, beziehungsweise eine Kategorie-Seite, die mehrere Produkte enthält. Der nächste Menüpunkt, Navigation. Hier können wir quasi festlegen, ob unsere Navigation ein Einstiegspunkt sein soll. Bei einer neuen Kategorie können wir das an dieser Stelle festlegen. Da bin ich ja vorhin schon mal kurz darauf eingegangen, was das eigentlich bedeutet. Da gibt es natürlich den Einstiegspunkt für die Hauptnavigation. Also ich könnte die Wein als Einstiegspunkt für die Hauptnavigation festlegen. Das wäre dann der Einstiegspunkt für die Menüpunkte, die ja oben im Shop, im Standard-Shop angezeigt werden. Als zweitens könnte ich hier auch die Footer-Navigation auswählen. Das wären im Prinzip ja die Menüpunkte, die unterhalb des Shops angezeigt werden. Da hatten wir jetzt in diesem Beispiel Informationen und andere Shops angezeigt, in welchem ich einfach zwei weitere Demo-Shops verlinkt hatte. Und ja, als dritten Punkt gäbe es noch die Footer-Service-Navigation. Die wird unterhalb der Footer-Navigation noch angezeigt. In meinem Beispiel hier hatte ich da das Impressum und Kontakt angezeigt. Ja, da wir jetzt aber wie gesagt eine Kategorie-Seite erstellen wollen, die eigentlich kein Einstiegspunkt sein soll, brauchen wir das hier erstmal nicht und können direkt weiter zu den Menü-Einstellungen gehen. Hier habe ich als ersten Punkt ja eine Checkbox in der Navigation ausblenden. Der, ja, macht was, was er quasi schon sagt. Wenn ich den aktiviere, dann wird meine Kategorie in der Navigation nicht angezeigt und ist dann nur noch über die direkte URL erreichbar. Das könnte ich machen, wenn ich beispielsweise nicht möchte, ja, dass oben im Menü diese Kategorie angezeigt werden wird, ich die Kategorie aber, ja, dennoch über anderen Wege erreichen möchte. Dann kann ich das mit dieser Checkbox machen. Als zweiten Punkt haben wir dann das Anzeigebild und die Beschreibung. Das, ja, sind im Prinzip Informationen, die ich, wenn man die Kategorie öffnet, oberhalb der eigentlichen Shop-Seite quasi angezeigt wird. Da könnte ich dann aussagekräftigen Text für diese Kategorie noch hinterlegen, damit der Kunde auch weiß, was es in dieser Kategorie eigentlich zu finden gibt. Und als letzten Punkt haben wir hier dann noch die Zusatzfelder. Ja, die werden meistens durch Erweiterungen angelegt und enthalten dann entsprechende Informationen für diese Erweiterung. In diesem Fall beispielsweise für die Erweiterung Social Shopping könnte ich jetzt hier, ja, eine Google-Produkt-Kategorie für diese Kategorie hinterlegen. Ich kann aber auch selber Zusatzfelder natürlich im Admin für die Kategorien anlegen und die dann hier befüllen. Ja, in unserem Fall brauchen wir das jetzt aber nicht. Deswegen speichere ich das einmal ab und wechsle dann direkt zu den Produkten. Ja, im Reiter Produkte können wir jetzt dieser Kategorie die Produkte zuweisen, die dann in dieser Kategorie angezeigt werden sollen. Das können wir über zwei Arten machen. Hier haben wir einmal die dynamische Produktgruppe. Ja, über die dynamische Produktgruppe gibt es auch ein komplett eigenes Video. Das ist ein bisschen umfangreicher. Ganz grob gesagt kann man, ja, quasi hier auf der linken Seite unter Kategorien dynamische Produktgruppen, könnte ich hier dann eine Gruppe von Produkten anlegen und anhand von Regeln, ähnlich wie im Rule Builder, festlegen, ja, welche Produkte in dieser Gruppe drin sein sollen. Da könnte ich dann zum Beispiel sagen, alle Produkte, die den Tag Wein haben, sollen dann automatisch dieser Produktgruppe zugeordnet sein. Und, ja, anhand dieser Gruppe, die wird dann komplett, kann ich an dieser Stelle also komplett der Kategorie zuweisen. Eine andere Möglichkeit, wenn ich nur ganz wenige oder, ja, nicht zu viele Artikel in meinem Shop habe, kann ich die auch manuell zuweisen, ja, könnte dann einfach über die Produkte, also über diese Liste der Kategorie dann die Produkte zuweisen. Ich wähle jetzt einfach mal Rotwein und Weißwein, ja, aus, weil wir natürlich jetzt hier Weine haben und speichere das dann einfach schon mal ab. So, als nächstes kann ich dann, ja, das Layout meines Shops, beziehungsweise meiner Kategorie bestimmen und kann an dieser Stelle jetzt in der Layout-Zuweisung eine Erlebniswelt auswählen, ja, die als Layout für meine Kategorie verwendet werden soll. Die kann ich ja unter Inhalte, Erlebniswelten anlegen, konfigurieren, designen. Da gibt es auch, ja, ein eigenes Video zu, das ist ein bisschen umfangreicher, was da alles möglich ist. Ja, aber für eine Kategorie-Seite, ja, liefert Shopwerber schon ein Standard-Layout mit. Das nennt sich Standard-Kategorie-Layout und beinhaltet im Prinzip die Elemente, die Kategorie-Info, in der das Kategorie-Bild und die Kategorie-Beschreibung drin sind und, ja, einfach ein Produkt-Listing, wo wirklich nur die Produkte, die in der Kategorie zugewiesen sind, angezeigt wird. Das könnte man auch noch in den Erlebniswelten, ja, duplizieren und individualisieren, dass man da mehr anzeigen lassen möchte. Im Standard sind wirklich nur diese beiden Menüpunkte drin. Und an dieser Stelle können wir jetzt explizit für diese Kategorie dieses Layout auch nochmal anpassen. Wichtig ist, dass das wirklich dann nur für diese Kategorie verändert wird und das Layout aber in anderen, wenn das Layout beispielsweise in anderen Kategorien auch verwendet wird, dass es dort dann anders aussieht, also so wie es im Standard-Layout aussieht. Ich könnte jetzt also hier an dieser Stelle für genau diese Kategorie jetzt beispielsweise sagen, dass ich, ja, dass ich das Kategorie-Bild anders angezeigt haben möchte, Strecken oder andere Höhe haben möchte oder dass ich generell gar nicht das ausgewählte Kategorie-Bild verwenden möchte, sondern dass ich in dieser Kategorie jetzt wirklich nochmal ein komplett anderes Bild verwenden möchte. Dann kann ich hier die Datenzuordnung entfernen oder auch bei der Kategorie Description das Gleiche. Ich kann eine komplett andere Beschreibung auswählen und habe dann hier unten auch noch das Kategorie-Listing. Das heißt, ja, das Listing, in dem die ganzen Produkte drin sind. Ich könnte jetzt auch hier das Layout dieses Listings nochmal ein bisschen anpassen für diese Kategorie. Ich könnte sagen, dass ich nur Produkte mit, dass ich die Produkte mit großem Bild angezeigt haben möchte oder mit minimalem Inhalt. Das lasse ich jetzt aber erstmal so. Interessanter ist der Punkt Sortierungen. Und zwar kann ich hier festlegen, welche Sortierungen, ob und welche Sortierungen ich dem Kunden zur Verfügung stellen möchte. Kann ich zum einen natürlich sagen, ob ich überhaupt Sortierungen zulassen möchte, dass der Kunde sich die Produkte anders sortiert und könnte dann jetzt auch hier eine eigene Sortierung verwenden. Da kann ich dann sagen, was die Standardsortierung sein soll. Sachen wie nach Name, nach Topseller, Preis aufsteigend, absteigend. Wenn ich zum Beispiel jetzt erstmal standardmäßig wirklich nur die günstigsten Produkte oben haben möchte, kann ich Preis aufsteigend wählen, dass es die Standardsortierung ist und kann dann hier noch angeben, welche Sortierungen ich dem Kunden aber auch noch zugestehen möchte, die er dann auswählt. Die Sortierungen, ich kann mir auch noch eigene Sortierungen erstellen. Das könnte ich unter Einstellungen, dann Shop, Produkte. Hier kann ich auch noch eigene Sortieroptionen hinzufügen, nach welchen Kriterien ich eine Sortierung zulassen möchte. Als weiteren Punkt hätten wir neben der Sortierung dann noch die Filter, die der Kunde sieht. Da haben wir vier Standardfilter, die der Kunde zur Verfügung hat. Und zwar Filterhersteller, also den Herstellerfilter, dann ein Preisfilter, ein Bewertungsfilter und ein Filter nach kostenlosem Versand, dass der Kunde sich beispielsweise alle Produkte ausblenden lässt, die keinen kostenlosen Versand anbieten. Und zu diesen vier Standardfiltern werden immer, also werden standardmäßig noch alle Produkteigenschaften, alle filterbaren Produkteigenschaften angezeigt, die Produkten in dieser Kategorie zugewiesen sind. Wenn ich jetzt beispielsweise einem Produkt noch eine Farbe als Produkteigenschaft zugewiesen habe oder mehreren Produkten, dann hätte ich die Eigenschaft Farbe auch zusätzlich als Filter oder Größe beispielsweise, dann hätte ich auch noch zusätzlich den Filter Größe, nachdem ich die Produkte filtern kann. Und ja, es werden standardmäßig immer alle Produkteigenschaften, alle filterbaren Produkteigenschaften angezeigt, die mindestens einem Produkt in dieser Kategorie auch zugewiesen sind als Eigenschaften. Ich kann jetzt aber auch über diesen Menüpunkt mir selber konfigurieren, welche filterbaren Produkteigenschaften ich generell angezeigt haben möchte und könnte das jetzt hier einfach schon mal von vornherein festlegen. Ich lasse es aber erst mal aus und sage einfach, es sollen einfach die Eigenschaften auch angezeigt werden, die ich auch in meinen Produkten hinterlegt habe. Ja, wenn ich das Layout dann soweit fertig habe, kann ich das hier nochmal abspeichern. Ja, der letzte Menüpunkt, den ich als Reiter habe, sind die SEO-Einstellungen. Da habe ich natürlich als Standard erstmal, ja, die Standard oder die wichtigsten Punkte, den Metatitel, Beschreibung und Schlüsselwörter für die Suchmaschinen, die ich hier hinterlegen kann für diese Kategorie und habe dann hier unten die SEO-URLs. Ja, die SEO-URLs ist im Prinzip die URL, unter der meine Kategorie quasi direkt erreichbar ist. Dieser Menüpunkt, der steht immer dann zur Verfügung, wenn Shopware bereits eine URL für diese Kategorie generiert hat. Das passiert dann, wenn man die Kategorie das erste Mal abspeichert. Also es ist wichtig, dass du die Kategorie einmal abgespeichert hast, bevor du diesen SEO-Reiter irgendeine Anpassung machst, damit dieser Menüpunkt zur Verfügung steht. Ansonsten würde jetzt hier einfach nur die Info stehen, dass, ja, aktuell noch keine SEO-URLs für diese Kategorie verfügbar sind. Und ich kann jetzt für jeden Verkaufskanal, den ich habe, ich habe jetzt natürlich nur den Headless-Verkaufskanal und den Demoshop, aber ich könnte jetzt für jeden Verkaufskanal, ja, eine eigene SEO-URL hinterlegen. In diesem Fall ist das dann einfach der SEO-Pfad Wein. Das bedeutet, diese Kategorie ist erreichbar unter der URL meines Shops und dann Slash Wein. Und das könnte ich jetzt an dieser Stelle auch noch abändern, wenn ich nicht möchte, dass es unter Wein erreichbar ist, sondern unter einem anderen Namen. Oder wenn ich vielleicht, wenn die Kategorie einen komplizierten Namen hat und ich vielleicht eine einfachere SEO-URL haben möchte, kann ich dann hier entsprechend eine andere URL hinterlegen. Und das ist das, was ich möchte,